Lübbe Audio Blackout von Andreas Eschbach Es liest Stefan Kaminski Abfangmanöver Alles sah tot und verlassen aus, so weit das Auge reichte. Und auch die Tankstelle, an der sie angehalten hatten, wirkte, als hätte man sie vor langer Zeit aufgegeben. Christopher beobachtete ein Insekt, das sich durch den Sand schleppte. Es sah aus wie ein Skorpion, und es war unterwegs in die Wüste. Ist hier überhaupt jemand? fragte er. Kyle war damit beschäftigt, sein Bargeld durchzuzählen. Er steckte seiner Schwester zwei Scheine zu. Christopher konnte nicht erkennen, was für welche. Diese Dollarscheine sahen in seinen Augen alle gleich aus. Bring doch eine Zeitung mit, sagte Kyle. Den Nevada Herald, wenn sie den haben. Sonst eine andere. Christopher ließ sich tiefer in den Rücksitz sinken, der so weich war, dass einem irgendwann alles wehtat. Es ist wahrscheinlich besser, ich bleib im Wagen, meinte er. Jetzt drehte sich Kyle zu ihm um. Eine wulstige Narbe zierte seine Stirn, verlief von der Mitte seiner rechten Augenbraue fast senkrecht nach oben. Wenn er sich ärgerte, färbte sie sich an den Rändern rötlich. So wie jetzt. Blödsinn, sagte er. Ihr geht jetzt da beide rein, solange ich tanke und du suchst dir was zum Essen und Trinken aus. Wirst es brauchen, glaub mir. Es dauert noch verdammt lange, bis wir da sind. Christopher wollte etwas sagen, aber Kyle unterbrach ihn mit einer unwirschen Handbewegung. Entspann dich, Chris, okay? Hier kennt dich niemand. Und selbst wenn, würde dich niemand verraten. Nicht hier. Ich hab nicht Angst, dass mich jemand verrät, sagte Christopher. Umso besser, erwiderte Kyle und stieg aus. Genauso wie Serenity. Zögernd öffnete Christopher die Tür auf seiner Seite und folgte ihr. Es tat gut, sich ein bisschen zu bewegen. Das auf jeden Fall. Der Boden bestand nur aus trockener, festgestampfter Erde. An den beiden Zapfsäulen war die meiste Farbe bereits abgeplatzt. Von der Hitze und der Sonne vermutlich. Aber das Metall darunter zeigte keine Spur von Rost. Dazu war es hier, mitten in der Wüste von Nevada, schlicht zu trocken. In einiger Entfernung stand der Mast einer Mobilfunkantenne. Aber Überwachungskameras waren keine zu sehen. Serenity stieß die Tür zum Drugstore auf, mit einer heftigeren Bewegung, als nötig gewesen wäre. Und sie wartete nicht auf ihn, ließ die Tür hinter sich einfach wieder zufallen, ohne sich darum zu kümmern, ob Christopher nachkam oder nicht. Drinnen war alles eng, vollgestopft und staubig. Jedes Mal, wenn man die Tür öffnete, drang etwas von dem feinen Wüstensand herein. Und offenbar machte sich niemand die Mühe, ihn wieder hinaus zu befördern. Auch aufzuräumen hielt niemand für nötig. Die Regale reichten in dem winzigen Raum bis zur Decke. Und in ihnen stapelten sich Chips, Süßigkeiten und Auto-Zubehörteile aller Art. Christopher griff nach einer Tüte bunter Kaubonbons in Form von Dinosauriern. Aus der Nähe betrachtet wirkten die Saurier seltsam klebrig. Er drehte die Tüte um. Haltbar bis September 2008. Abgelaufen war da gar kein Ausdruck mehr. Angewidert legte er die Tüte zurück. Die Frau, die hinter der Kassentheke saß, würdigte sie keines Blickes. Sie verfolgte eine von ständigem, aufdringlich wirkendem Gelächter durchsetzte Show auf einem uralten kleinen Fernseher. Und so lasch wie sie da saß, hätte Christopher jede Wette gehalten, dass sie bis eben einfach nur gedöst hatte. Es war fast Mittag und die klapprige Klimaanlage kam gegen die Hitze kaum noch an. Er trat neben Serenity, die vor dem Kühlregal mit den Getränken und den Sandwiches stand, in einigermaßen angenehmer Kühle. Man kann sich auch zu wichtig nehmen, weißt du, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Meinst du mich? fragte Christopher. Sie machte eine knappe, ärgerlich wirkende Handbewegung. Ja, ich geb's zu, ich fand das zuerst ziemlich cool, dieses die-ganze-Welt-ist-hinter-mir-her-Ding. Aber ehrlich gesagt, auf die Dauer nervt's. Christopher blickte sich um. Vielleicht hatte sie ja recht. Das sah alles wirklich ziemlich aus wie der Arsch der Welt. Man musste sich regelrecht wundern, dass es hier überhaupt elektrischen Strom gab. Was auch immer gerade an weltbewegenden Dingen geschehen mochte, an diesem Ort waren sie wahrscheinlich so weit davon entfernt wie nur irgend möglich. Tut mir leid, sagte er. Sie warf ihm einen versöhnlichen Blick aus ihren bernsteinfarbenen Augen zu. Relax einfach. Wir sind bald da. Du machst dir entschieden zu viele Sorgen. Relaxen? Das war leichter gesagt als getan. Die Zeit, als er sich keine Sorgen gemacht hatte, seine Kindheit sozusagen lag so lange zurück, dass er sich kaum noch daran erinnerte, wie sich das angefühlt hatte. Dagegen erinnerte er sich noch gut daran, wie sich der Tastendruck angefühlt hatte, mit dem er diese Zeit beendet hatte. Schnell und unwiederbringlich. Wie sein Zeigefinger noch einen Moment über der Enter-Taste geschwebt und er sich gefragt hatte, ob er das wirklich tun sollte und wie es dann trocken Klick gemacht hatte, als er die Taste gedrückt und den Computervirus, der ihn berühmt machen sollte, auf die Reise geschickt hatte. Oder besser gesagt, berüchtigt. Seither nannte man ihn Computer-Kid und diesen bescheuerten Namen würde er wohl nie wieder loswerden. Und die, die ihn für den besten Hacker der Welt hielten, ahnten nicht, wie recht sie damit hatten. Und was alles davon abhing. Ich hoffe, dass wenigstens die Sandwiches einigermaßen frisch sind, raunte ihm Serenity zu. Zwei in furchtbar viel Frischhaltefolie gewickelte, belegte Brote in der Hand. Das Etikett versprach es. Aber was bewies ein Etikett schon? Christopher wählte ein Brot mit Salami. Nicht, weil ihm Salami besonders schmeckte, sondern weil man damit wahrscheinlich am wenigsten falsch machen konnte. Außerdem zog er eine große Flasche Limonade mit Cranberry-Geschmack aus dem Kühlfach. Ich habe Kekse gefunden, die erst ein Jahr abgelaufen sind, sagte Serenity. Bei Keksen wird es nicht so schlimm sein, oder? Die können höchstens weich werden. Christopher nickte. Denke ich auch. Sie gingen zur Kasse. In die Frau kam Bewegung, aber eher unwillig, so als wäre es ihr lieber gewesen, sie wären ohne etwas zu kaufen wiedergegangen. Das Piepen des Kassenscanners klang erkältet und die Beträge, die auf dem kleinen Bildschirm erschienen, schienen schief zu stehen. Die Zeitung, fiel Serenity ein. Christopher ging die Zeitungen durch, die direkt vor der Kasse aufgefächert auslagen. Eine Ausgabe des Nevada Herald war dabei. Die Ausgabe vom Vortag. Das ist okay, meinte Serenity, als Christopher auf das Datum zeigte. Aktueller sind die hier nicht. Christopher hob die anderen Zeitungen ein Stück hoch, zog den Nevada Herald heraus. Darunter kam ein kleines Kästchen zum Vorschein, das einen hellen Ton wie von einer Glocke von sich gab, als Christophers Finger über die kleine gläserne Scheibe auf der Oberseite glitt, die im nächsten Moment rot aufleuchtete. Ein heißer Schreck durchzuckte ihn. Ein Fingerabdruckscanner. Er sah die Frau hinter der Kasse an, die ihn mit gefurchter Stirn musterte. »Ist er angeschlossen?«, rief er. Sie schien nicht zu verstehen, was er meinte. »Angeschlossen!«, er hob das Kästchen hoch. Die Signallampe leuchtete immer noch rot, was alles Mögliche bedeuten konnte. »Das hier ist das angeschlossen.« »Chris«, sagte Serenity, »mach keinen Stress.« Die Frau machte eine wegwerfende Handbewegung. »Hier hat noch nie jemand mit Fingerabdruck bezahlt. Das Ding ist bloß da, weil's Vorschrift ist.« Christopher spürte auf einmal einen dicken Kloß in seinem Magen. Seine Gedanken rasten. Seine Hände folgten dem Anschlusskabel. Vielleicht war es nicht eingesteckt. Vielleicht hieß das rote Licht, dass es keine Verbindung ins Netz fand. In diesem Moment wurde das Signallicht grün. Der Betrag, den die Kasse anzeigte, sprang auf null Dollar. Und darunter erschien die Anzeige bezahlt. »Raus hier!«, schrie Chris und packte Serenity am Arm. »Weg!« Kyle tankte noch. Der Zapfhahn steckte im Tankstutzen. Die Benzinpumpe jammerte. Und Kyle fuhrwerkte gemächlich mit einem nassen Lappen über die staubigen Scheiben. »Sag mal, bist du völlig übergeschnappt?«, schrie Serenity Chris an. Er zarrte sie über die Tankstelle. »Wir haben noch nicht mal die Sachen mitgenommen!« Sie versuchte, sich loszureißen, aber er hielt sie eisern fest. Kyle stutzte, als er sie kommen sah, warf den Lappen zurück in den grauen Plastikeimer und wartete dann, die Hände in die Hüften gestemmt, bis sie da waren. »Wir müssen los!«, erklärte Christopher. »So schnell wie möglich. Da drin war ein Fingerabdruckscanner, den ich nicht gesehen habe. Der hat mich erkannt. So!«, sagte Kyle gedehnt. »Hat er das!«, Christopher nickte, ließ Serenity los. »Sie haben mich!« »Tut mir leid, am besten wir fahren erst mal in eine andere Richtung und versuchen, sie abzuhängen.« »Hier gibt's keine andere Richtung!«, sagte Kyle. Christopher stutzte, sah sich um. Kyle hatte recht. Es gab nur diese eine Straße, die vom einen Horizont zum anderen führte. Der Tank war voll. Die Pumpe stoppte mit einem fetten Klacken. »Dann müssen wir zurück!«, sagte Christopher. »Auf jeden Fall dürfen wir nicht weiter in Richtung eurer Siedlung fahren!« »Jetzt zerbricht dir mal nicht meinen Kopf, okay?«, sagte Kyle. Er setzte sich in Bewegung, hängte den Tankstutzen zurück, schloss den Tankdeckel und ging dann Zahlen mit langsamen, wiegenden Schritten, wie um ihnen zu zeigen, dass er alle Zeit der Welt hatte. »Du spinnst!«, erklärte Serenity wütend und rieb sich die Stelle am Arm, an der er sie gepackt hatte. »Du hast echt einen an der Waffel, wenn du's genau wissen willst!« Christopher wies auf den Drugstore, in dem Kyle gerade an der Kasse stand und mit der Frau ein Schwätzchen hielt. »Das Ding hat meinen Fingerabdruck erkannt. Es hat sogar diese lausigen Sandwiches damit bezahlt. Aha. Und von welchem Konto, bitteschön?« Christopher sah sie an und hatte das Gefühl, dass seine Augen Funken sprühten. »Willst du einen Vortrag über die weltweite Vernetzung der verschiedenen Bezahlsysteme hören? Serenity funkelte zurück. »Nein, danke, Mr. Superhacker!« Kyle kam aus dem Laden. Er hatte ihre Sandwiches und Limo-Flaschen dabei und bewegte sich immer noch, betont gemütlich. »Du kommst mir ein bisschen nervös vor, Chris!«, sagte er grinsend und legte die Tüte mit den Einkäufen auf den Beifahrersitz. »Bin ich nicht!«, erwiderte Christopher. »Ich bin extrem nervös!« »Dann eben extrem nervös!«, meinte Kyle und verdrehte die Augen. »Also los, steigt ein, wir fahren!« Das ließ sich Christopher nicht zweimal sagen. Serenity wollte eine Diskussion mit ihrem Bruder anfangen, ob sie nicht vorne sitzen könnte, was dieser Strick abbügelte. Also stieg sie wieder hinten ein, blieb aber betont auf Abstand zu Christopher. Kyle ließ den Wagen an, bog auf die Straße hinaus und fuhr in ihrer ursprünglichen Richtung weiter. Sofort hatte er Christopher im Nacken. »Was machst du da?« »Na, wie sieht das denn aus, was ich mache?« »Du glaubst mir nicht, oder?« »Dass sie uns jetzt verfolgen?« Kyle seufzte abgrundtief. »Also, Kleiner, pass auf.« »Erst mal. Die!« »Wer soll das sein?« »Hier lebt im Umkreis von 50 Meilen keine Menschenseele.« »Selbst wenn irgendjemandem irgendwo auffallen sollte, dass dein Fingerabdruck hier registriert worden ist, dann ist er frühestens morgen hier. Und weiter als bis zu der Tankstelle kommt er auch nicht. Soweit ich nämlich gesehen habe, hast du den Fingerabdruckscanner dort gelassen, oder?« »Ja, aber, aber...« unterbrach ihn Kyle unnachgiebig. »In Wirklichkeit denke ich, dass du die amerikanische Polizei maßlos überschätzt. Glaub mir, ich kenne die Burschen besser als du.« Christopher ließ sich zurück auf den Sitz sinken. »Ich rede doch nicht von der Polizei!« Niemand ging darauf ein. Serenity angelte ihre Cola vom Beifahrersitz, öffnete sie zischend, trank einen tiefen Schluck und hielt sie ihm dann nach kurzem Zögern hin. Christopher schüttelte automatisch den Kopf. Was hatte Kyle noch über die Besiedlungsdichte dieses Teils von Nevada gesagt? »Es stimmte.« »Es gab nur diese eine Straße.« Und die nächste Stadt lag wenigstens zwei Stunden Fahrt entfernt. Die nächste richtige Stadt – eine Tagesreise.